Herzlich Willkommen! In diesem Video sprechen wir darüber, was die CIA mit Kryptowährungen zu tun hat und verraten euch, welcher Finanzriese jetzt im großen Stil in Krypto einsteigt. Außerdem beleuchten wir wichtige Kryptoentwicklungen in Australien und spannende Neuigkeiten beim Gaming Reason Ubisoft. Die CIA agiert gerne im Hintergrund, nun hat sich aber ein Sprecher des Geheimdienstes zum Thema Kryptowährungen geäußert. Was das für Halter von Kryptowährungen bedeutet, zeigen wir euch gleich. Außerdem sprechen wir darüber, mit welcher Strategie Visa dafür sorgen wird, dass neue Milliarden in die Kryptomärkte investiert werden. Unsere dritte Meldung des Tages beschäftigt sich damit, welche Entscheidungen Australien in Bezug auf Kryptos getroffen hat und welche Auswirkungen diese Entscheidungen haben werden. Zum Abschluss zeigen wir euch, wie der Entwickler des Gaming-Bestsellers wie Farcry in den NFT-Markt einsteigt und wie Gamer davon profitieren können. Bevor wir loslegen, möchten wir unserer Community Danke sagen. Als besonderes Dankeschön für diese tolle Community gibt es das große täglich Bitcoin und Kryptoweihnachtswichteln. Klicke den ersten Link unter dem Video, um die den Expertenkurs Top 10 Fehler beim Investieren in Bitcoin und Co. im Wert von 99 Euro aus unserer Akademie als Vorweihnachtsgeschenk kostenlos zu sichern. CIA-Direktor erklärt, dass die Behörde derzeit eine Reihe verschiedener Projekte zum Thema Krypto durchführt. William Burns sagte, dass der Aufbau von Wissen über Krypto eine wichtige Priorität für die CIA sei und er plane, Ressourcen und Aufmerksamkeit darauf zu verwenden. Der Direktor der Central Intelligence Agency, CIA, William Burns, sagte, dass sein Vorgänger bei der US-Regierungsbehörde Projekte initiiert hat, die sich auf die Sammlung von Informationen über Kryptowährungen konzentrieren. Auf eine Frage zum Thema Krypto auf dem Wall Street Channel CEO Council Summit am Montag sagte Burns, dass die CIA ihr Team von Geheimdienstanalysten um Fachwissen über Kryptowährungen und Blockchain erweitern und mit Branchenexperten kommunizieren wolle. Er sagte, dass die Herausforderungen aus dem Kryptobereich enorme Auswirkungen auf die USA haben könnten, angesichts dessen, was er bereits bei Ransomware-Angriffen gesehen hat. Mein Vorgänger hatte damit angefangen, sagte Burns und bezog sich damit wahrscheinlich auf die Aktionen des ehemaligen amtierenden CIA-Direktors David Cohen. Sie hatten eine Reihe verschiedener Projekte in Gang gesetzt, die sich auf Kryptowährungen konzentrierten und versuchten, auch die Folgen zweiter und dritter Ordnung zu untersuchen und unseren Kollegen in anderen Teilen der US-Regierung dabei zu helfen, solide Informationen über das zu liefern, was wir ebenfalls sehen. Er fügte hinzu, dass der Aufbau von Wissen über Kryptowährungen eine wichtige Priorität für die Behörde sei, um der Plane, Ressourcen und Aufmerksamkeit darauf zu verwenden. Der CIA-Direktor nannte keine Einzelheiten über die Richtung, die die Behörde im Hinblick auf die Bekämpfung von Cyberangriffen einzuschlagen gedenkt, deutete aber an, dass sie darauf abzielen werde, die Finanznetzwerke krimineller Gruppen, die digitale Währungen für löseige Zahlungen verwenden, zu knacken. Burns, der das Amt des Direktors im März übernahm, musste mit Ansehen, wie Hacker bei einem Angriff auf das Colonial Pipeline System im Mai Millionen von Dollar in Kryptowährungen forderten, aber auch eine Taskforce der US-Regierung reagierte, indem sie den Großteil der verlorenen Gelder zurückholte. Michael Morrell, ehemaliger stellvertretender CIA-Direktor von 2012 bis 2013, sagte, die Blockchain-Analyse ist ein hocheffektives Instrument zur Verbrechensbekämpfung und Zusammlung von Informationen, das von den Strafverfolgungsbehörden zu wenig genutzt wird. Kommen wir zum nächsten Thema. Visa kündigt neuen Kryptoberatungsdienst für Händler und Banken an. Der neue Kryptoberatungs-Service von Visa soll die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen fördern. Der Zahlungsverkehrs-Riese Visa führt neue Beratungs- und Serviceleistungen ein, um seine Kunden bei der Navigation in der Welt der Kryptowährungen zu unterstützen. Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass seine Kryptoberatungspraxis, die in seiner Beratungs- und Analyseabteilung angesiedelt ist, Finanzinstituten, Einzelhändlern und anderen Unternehmen Beratung zu allen Themen anbieten wird, von der Einführung von Kryptofunktionen und der Forschung nicht-fungibler Token bis hin zur Entwicklung von Wallets für digitale Währungen von Zentralbanken. Laut Visa liegt ein Teil des Interesses der Banken an Kryptowährungen darin, wettbewerbsfähig zu bleiben. Unter Berufung auf eine kürzlich durchgeführte interne Studie sagte Visa, dass 40% der befragten Kryptobesitzer angaben, dass sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten ihre Hauptbank zu einer Bank wechseln würden, die kryptobezogene Produkte anbietet. Laut Reuters ist das amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen UMB ein Kunde der Kryptoberatungsdienste von Visa. Wir haben uns an Visa gewandt, um mehr über Kryptowährungen und Stablecoins und die Anwendungsfälle zu erfahren, die für unser Privat- und Firmenkundengeschäft am wichtigsten sind, sagte Juma Wilson, Executive Vice President der UMB Bank. Kommen wir zum nächsten Thema. Australische Regierung gibt grünes Licht für sechs weltweit führende Kryptoreformen. Es ist klar, dass Australien eine enorme Chance hat, aus der Konvergenz zwischen Finanzen und Technologie Kapital zu schlagen, wenn wir diese Entwicklungen annehmen, sagte Finanzminister Josh Friedenberg. Die australische Regierung erwägt ernsthaft die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung und hat im Rahmen eines neuen Reformplans für den Zahlungsverkehr und Kryptowährungen zahlreiche zukunftsweisende regulatorische Kryptovorschläge unterstützt. Schatzmeister Josh Friedenberg sagte, die Reformen werden Australien fest unter einer Handvoll führender Länder in der Welt platzieren. Der Reformplan soll die größte Umgestaltung des australischen Zahlungsverkehrssystems seit den 1990er Jahren sein, wobei ein Teil der kryptobezogenen Grundlagen durch die innovativen Vorschläge eines australischen Senatsausschusses im September geschaffen wurde. Laut der Australian Financial Review befürwortet die Regierung sechs der neuen vom Senatsausschuss vorgeschlagene Reformen, darunter ein Lizenzierungssystem für Kryptobörsen, Gesetze zur Regelung dezentraler autonomer Organisationen und eine gemeinsame Zugangsregelung für neue Zahlungsplattformen. Zwei Vorschläge, die sich auf die Einhaltung von Steuer- und Finanzvorschriften beziehen, wurden zur Prüfung an die jeweiligen Regierungsstellen verwiesen, während die Regierung einen weiteren Vorschlag, der sich auf Steuermäßigungen für das Mining von erneuerbaren Energien in Bitcoin bezieht, zurückgewiesen hat. In einer Rede vor der australisch-israelischen Handelskammer erläuterte Friedenberg am Mittwoch die Pläne der Regierung für Kryptoregulierung, Besteuerung und CBDCs. Es ist klar, dass Australien eine enorme Chance hat, aus der Konvergenz zwischen Finanzen und Technologie Kapital zu schlagen, wenn wir uns diese Entwicklungen zu eigen machen, sagte er. In Bezug auf CBDCs sagte eine ungenannte, hochrangige Regierungsquelle am Dienstag gegenüber die Australien, dass eine von der Reserve Bank of Australia unterstützte Bitcoin oder Kryptowährung für den Einzelhandel derzeit in Erwägung gezogen wird und ein Schlüsselelement der Regierungsreform für digitale Zahlungen sein wird. Während seiner Rede äußerte sich Friedenberg optimistisch über die Reform der Kryptowährungen. Für Unternehmen werden diese Reformen die Unklarheiten beseitigen, die bei der regulatorischen und steuerlichen Behandlung von Kryptoassets und neuen Zahlungsmethoden bestehen können. Auf diese Weise wird das Interesse der Verbraucher weiter gesteigert, der Markteintritt neuer Anbieter erleichtert und noch mehr Innovationen ermöglicht. Für die Verbraucher werden diese Änderungen einen regulatorischen Rahmen schaffen, der ihre wachsende Nutzung von Kryptovermögenswerten untermauert und die Behandlung neuer Zahlungsmethoden klärt, fügte er hinzu. Ein Vorschlag des Senatsausschusses, den die Regierung wahrscheinlich ignorieren wird, ist der 10-prozentige Steuerrabatt für Bitcoin-Miner, die erneuerbare Energie nutzen. Michael Harris, Leiter der Unternehmensentwicklung bei der lokalen Börse SwiftEx, sagte gegenüber Cointelegraph, wir glauben, dass dies eine politische Überlegung war. Die Realität ist, dass es wahrscheinlich für jede Regierung schwierig sein wird, eine Industrie wie das Bitcoin-Mining von anderen Energieverbrauchern abzugrenzen, so lobenswert die Absicht auch sein mag. Insgesamt, so Harris, seien die Geräusche, die im Moment aus der Regierung kommen, vielversprechend, da die Regierung die Notwendigkeit erkannt zu haben scheine, Verbraucherschutzgesetze einzuführen, ohne Innovationen zu ersticken. Der Teufel steckt jedoch im Detail und wir sind besonders daran interessiert, ein System zu vermeiden, das die Wahlmöglichkeiten der Kunden einschränkt, indem es die großen, traditionellen Finanzakteure begünstigt. Was glaubt ihr? Wird Australien zum Vorreiter für die Akzeptanz von Kryptos? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Kommen wir zum letzten Thema für heute. Ubisoft startet die Ubisoft-Quartz-Plattform für spielbare und energieeffiziente NFTs, Beginnend mit Ghost Recon Breakpoint wird Ubisoft am Donnerstag NFTs auf der Tezos-Blockchain an PC-Spieler verteilen. Der französische Videospielverlag Ubisoft kündigte seinen ersten vorstößenden Bereich der nicht fungiblen Token NFTs über eine neue Plattform namens Ubisoft Quartz an, die diese Woche mit Ghost Recon Breakpoint für PC-Spieler auf Ubisoft Connect in die Beta-Phase startet. Laut einer Mitteilung auf der Ubisoft-Website können Spieler-Sammlerstücke aus Ubisoft-Spielwelten erhalten, die Diggets genannt werden und die ersten NFTs sind, die in AAA-Spielen spielbar sind und mit energieeffizienter Technologie laufen. Diggets wie zum Beispiel Fahrzeuge oder Waffen im Spiel werden in begrenzten Mengen und Auflagen veröffentlicht und am 9., 12. und 15. Dezember in den Vereinigten Staaten und Kanada kostenlos an Early Adapters vergeben. Quartz wird auch in Brasilien, Spanien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien und Australien erhältlich sein. Die energieeffiziente Technologie von Ubisoft Quartz basiert auf der Proof-of-Stake-Blockchain-Tesos. Didier Genois, technischer Direktor für Blockchain bei Ubisoft, erklärt in einem auf der Unternehmenswebsite veröffentlichten Interview das Engagement des Unternehmens, seinen globalen Fußabdruck zu reduzieren. Diese Art von Blockchain erzielt die gleichen Ergebnisse und verbraucht dabei deutlich weniger Energie als Proof-of-Work-Protokolle. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, eine Transaktion auf Tezos entspricht 30 Sekunden Videostreaming, während sie auf Bitcoin einem Jahr Videostreaming am Stück entspricht. Zuvor hatte Ubisoft jedoch eine Partnerschaft mit der Vertriebsplattform Ultra geschlossen, um seine Spiele auf der US-Blockchain zu nutzen. Cointelegraph hat sich an Ubisoft gewandt, um mehr über die Beziehung zu Ultra zu erfahren. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ging kein Kommentar ein. Im selben Interview mit Genois äußerte sich Baptiste Chandon, Blockchain-Product-Director bei Ubisoft zu NFTs und Spielen. Dieser neue Ansatz kann längerfristig sogar neue Möglichkeiten eröffnen, wie etwa die Interoperabilität zwischen Spielen. Wir sehen Blockchain als ein Mittel, um den Spielern und Entwicklern den Wert zurückzugeben, den sie durch ihre Beschäftigung mit ihren Spielen erzeugen. Ubisoft gehört mit einer Marktkapitalisierung von über 5,8 Milliarden Dollar zu den 25 größten Spieleherstellern weltweit. Und es ist bezeichnend, dass sich ein AAA-Spielunternehmen für die Blockchain-Technologie einsetzt, während andere Unternehmen, Revolve, kürzlich Blockchain-Spiele von ihren Marktplätzen entfernt haben. Vergiss nicht, dir dein Weihnachtsgeschenk zu sichern. Klicke den ersten Link unter dem Video, um dir den Expertenkurs Top 10 Fehler beim Investieren in Bitcoin & Co. im Wert von 99 Euro aus unserer Akademie als Vorweihnachtsgeschenk kostenlos zu sichern. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, dann schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir halten fest. Wir berichteten euch über die Entwicklung des CAE in Bezug auf Blockchain-Technologien. Wir haben euch gezeigt, welche Beratungsdienstleistungen Visa ihre Kunden und Banken anbietet. Spannend war auch, dass Australien grünes Licht für sechs Kryptoreformen gegeben hat. Abschließend haben wir über die Pläne von dem Game-Hersteller Ubisoft gesprochen. Sie werden ab kommenden Donnerstag NFTs an Spieler über die Tezos-Blockchain verteilen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und teilt eure Eindrücke mit uns. Wir wollen weiter wachsen und euch jeden Tag den besten Überblick verschaffen.